Na, du hast da auch Kuchen gelagert? Nein, ich wollte, dass du Kuchen mitbringst. Was soll ich denn denn so spät noch herkriegen? Es gibt bestimmt irgendwo eine Bäckerei, die offen hat. Hm. Mhm. Na ja, wenn man immer durch Deutschland fährt, trifft man bestimmt irgendwo da drauf. Ja. Oder im Zug, vielleicht verkaufen die da sowas. Ja. Ich meine, es wäre wahrscheinlich besser, mit dem Flugzeug zu fliegen, dann bin ich in einer Stunde oder so da wahrscheinlich. Aber das ist dann ein bisschen teuer. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist sogar günstiger. Das ist doch inzwischen wirklich sehr günstig, oder? Schau doch mal. Okay. Google. Flüge nach der Art der Welt. Flug. Achso, ich muss hier spielen, ne? Nein, musst du nicht. Ignorier es einfach. Lass dich vom Keller erwischen. Ich muss jetzt husten. Dann muss ich wieder stumm schalten. So. Mikrofon muted. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Ey, woher? Das ist das 1 zu 1. Ich hab's halt drauf. Mein Gott, wie werde ich denn hier verfolgen? Wo ist denn der Killer jetzt hier? Hä, da schreit eine Frau auf. Wieso schreit denn hier eine Frau? Mein Gott, ich, da muss ich doch halt sofort hingehen. Also, das kannst du drin lassen. Hä, da stöhnt jemand. Was machen die da? Hör mir doch zu. Hey, guck mal, ich bin hier gerade an so einem Haus, ne? Ja. Und da drin wird irgendwie eine Frau rumgetragen und die schreit da rum. Ich geh da mal rein. Irgendwas stimmt da nicht. Hier ist noch nicht mehr eine Tür drin. Ist alles schon so zerfallen hier. Ja, ich bin ein guter Ablenkungsmanöver, ist das. Oh mein Gott. Da hinten, da... Warte, wir... Was macht ihr denn da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hat er gerade eine Frau auf den Haken gehangen. Was? Eine Frau? Also, also... Wie kann man denn sowas machen? Was mache ich denn jetzt? Ich habe kein Handy dabei. Nein. Ich kann die da jetzt... Was? Oh mein Gott, du sägst die Frau auf den Haken. Mit einer Kettensäge. Ich kann da jetzt nicht hinten. Tja. Der ist doch... Der hat eine Kettensäge. Oder? Welcher ist es? Der hat irgendwas anderes. Der schlägt mit einem Hammer auf die Frau. Ach so, okay. Jetzt weiß ich, wer das ist. Mein Gott, da sind irgendwelche kompischen Stachel. Du kannst sie nicht retten, ne? Weil der kämpft. Ich meine, hast du sowas schon mal gesehen, da wird eine Frau entführt, auf den Haken gehangen und dann mit einem Hammer auf die Eingeschlagen und dann kommen da so Stachel. Menschen sind Monster. Was steht da? Ach komm, ich rette die jetzt. Garth. Heaven. Ist mir jetzt egal, ich rette die jetzt. Wenn du schaffst, dann geht die weg. Natürlich schaffe ich das. Hä? Was ist jetzt passiert? Sie ist jetzt nicht gestorben, wer hätte ich die runtergehoben haben? Nee, die lebt. Die ist entkommen. Ich bin sehr gehoben heute. Mein Gott. Ich sehe aber nicht. Ach so, ja, weil ich... Die lebt. Aber ich habe nicht die Frau gerettet. Oh mein Gott, ich bin so ein Held. Bin ich jetzt entkommen? Ich denke mir gerade, wieso sehe ich keine gelben Auren? Also irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Ich meine, ich war neben dem Killer, habe die Frau untergehoben, dann war plötzlich beide weg. Dann kam der Killer angelaufen. Jetzt hat er mich verfolgt, dann ist sie wieder plötzlich weg. Und die eine ist auch weg, okay. Hättest du hier bleiben können, Mädel? Und ist bei dir auch alles in Ordnung? Bis dass du auf meine Sätze unterbrichst, alles okay. Ja, ich bin hier in spannenden Situationen. Gas, heaven. Sag mal, wieso hast du mich noch nicht geheilt? Weil ich dich nicht sehe. Okay, ich habe den Perk nicht. Woher kommt der? Woher kommt der? Woher kommt der? Von der Tankstelle. Oh mein Gott. Auf Wiedersehen. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Oh mein Gott. Ich schreck mich doch nicht. Hoffen wir, sie tut es jetzt nicht. Wenn doch, dann laufe ich. Ja, wo ist der denn? Lauf. Du kannst ja jetzt mal deine Sätze zu Ende sprechen. Nein, jetzt will ich nicht mehr. Na komm, du witzest doch. Nein, ich will nicht. Verfolgt mich nicht. Ich bin, ich bin, ich bin auf dich sauer. Ich könnte die Palette jetzt auf deine Sics werften. Ah, da ist ein Generator. Ne, jetzt habe ich keine Lust. Ja, mir doch egal. Ja, Killer, komm doch jetzt in meine Nähe, bitte, komm. Ich brauche den Adrenalinstoß. Er kommt in eine Richtung, ich wusste es. Du hast mich umgebracht. Ich sag's dir, du hast mich jetzt umgebracht. Ja, das ist alles dein Schuh. Lauf. Verfolgt mich jetzt nicht. Okay, ist weg. Wo bist du? Was? Ist der... Ist der wirklich so dermaßen dumm? Ich stand doch direkt vor dir. Also, was stimmt da nicht? Kannst du mir erzählen, was du willst? Irgendwas stimmt da heute nicht, ja. Äh, da sind wir jetzt wieder schon der Aufnahmen gewesen. So. Hey! Gabi. Wie du weißt, bin ich Mechaniker? Ja, dafür habe ich das Outfit nicht an. Es tut mir leid. Ich hab... Mein Gott, mach du völlig alles kaputt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin grad scheiße. Aber so schlecht hab ich ja... Also, ich war noch nie so schlecht. Nee. Du bist besser als ich. Ja, natürlich. Bei mir kommen ja auch keine Fähigkeitsdinger. Ich bleib dir da stehen. Komm her. Siehst du mich nicht? Nein. Schnell. Gleich hab ich... Nein, nein, nein. Das wäre fast ein neuer Rekord gewesen. Also, ein Fähigkeitscheck. Was? Das war das erste Mal, dass ich einen Generator mit nur einem einzigen Fähigkeitscheck repariert hab. Ja. Bin ich dir jetzt völlig egal, oder? Warte ich. Da redest du irgendwie nicht mehr mit. Ja, weil ich konzentriert grad war. Jetzt, okay. Irgendwas mit Fähigkeit checkt, blablabla. Ja, nur einer. Mehr musste ich nicht machen. Deswegen ist der Generator auch nur einmal bei mir explodiert. Okay, sie ist tot. Hoffentlich kriegst du den Ausgang auf, bevor er kommt. Ja, natürlich. Warte. Wie lang noch? Noch eine Lampen. Also jetzt sind alle Lampen an. Ausgang ist offen. Alle raus, bitte. Okay, und wo ist der andere? Wo ist Gub? Grape? Grape 27? Was, Gub-Rape? Ich vergesse mal, dass ich den Perk nicht habe. Und dann denke ich mir so, wo sind die denn? Wo sind denn die alle? Hi. Was geht? Was geht? Nichts bei dir. Es geht. Es geht so. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht, Elektriker? Was? Wo soll ich lecken? Was? Was hast du gesagt? Okay, er ist tot. Wir können rausgehen. Ja, machen wir das mal. Ich bin hier nicht verwehrt. Ja, du hast doch was von Lecken gesagt. Ich habe Elektriker gesagt. Ja, klar. Ja, schau meine Videos an. Dann reden wir darüber. Ja, du bist viel zu leise irgendwie. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vielleicht weil du mich so leise gestellt hast. Nein. Ja, ja. Du bist irgendwie mal leise. Also wir wissen schon, dass Steph gott was von mir will. Du musst doch mal deine Lautstärke gleichmäßig lassen. Ja, ich glaube, das hilft auch nicht weit. Was rüberbraten. Rote Beete. Salat. Ja. Ja. 35. Okay, was gibt es denn hier noch? Diesen Perk und den hier. Sprintboost. Was? Wenn du rennst, beginnst zu rennen, beginnst Verfall in einem Sprint. Wenn du zu rennen beginnst, beginnst zu rennen und verfallen bestimmt. Ja. Genau. Oder soll ich das? Nein, ich will das da hier. Ich habe noch eine verschlissene Werkzeuge. He he he. Werkzeuge. Lern, wer das wird. Eine verschlissene. Eine verschlissene Werkzeuge habe ich. Und das war's oder was? Ja. Na dann. Jetzt bin ich wieder Mechaniker. Nein. Doch. Natürlich. Ich schau mal, was ich mit Nähe habe für Perks. Jetzt bist du keine Sanitäterin mehr. Jetzt bist du nichts. Einfühlungsvermögen. Einfach nur nichts. Ja. Ja. Und? Nein, Einfühlungsvermögen habe ich nicht. Okay. Ja. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Ja. Ja. Kann man uns hier noch ein bisschen den Schnee angucken. Batterien. 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 Sind Batterien. Das glaube ich nicht. Aber. Was sind sie denn dann? Ja. Wahrscheinlich irgendwelche Strombehältnisse oder sowas. Was ist das denn? Blutstillungsspritze. Eine Blutstillungsmittel. Das die Blutung binnen Sekunden stoppt. Verringert die Einheit um 50 Prozent. Sofortige und vollständige Heilung bei. Oh. Das kaufe ich mir dann. Okay. Oh, das kann ich mir auch kaufen. He. He. Okay. Ich muss wieder sammeln. He. 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 Schwarz. Ich sabber schon. Hör mal. Ja. Jetzt zapperst du auch noch da rum. Oh. Nam 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 nam. Ja. Weil das Essen lecker ist, was ich esse. Das fallen lassen einer Palette betäubt den Killer kurz. Echt? Steht da. Echt? Ich glaube ich aber nicht. Echt? Bist du eigentlich echt, oder? Nein, ich bin nur eine E-Mail. Du bist nur ein Fake-Profil, ne? E-Mail. 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 Ja. So ein Fake-Youtube-Profil. Gibt's gar nicht. Die Videos sind gefälscht. Ja. Das ist alles. Die früheren Besitzerin habe ich umgebracht. Ja. Und habe alles konfiziert. Das musst du mal sagen, wenn du berühmt bist. Also das bringt jetzt nichts. Ja. Ja.